Willkommen zurück! Für Armour 2 Gucken wir mal eine Rebellation Probieren wir unsere neue SmackBaw mal aus Was wir da zusammen collect haben SmackBaw ganz schön in blau Konfusion Diese Attacke ist sehr effektiv Luther kann uns nichts anhabern Und es kann Früher macht Säckell und Und es hat noch Überletz mit einem Punkt Ich werde jetzt diese Folge noch Versprechen und Nächst wahrscheinlich auch Damit wird Das muss gleich ein bisschen lustiger Ich schaum ob wir Schuze haben Konfusionen Konfusionen Und ich habe mal Zunächst Ich habe hier ein Block T-Shirt gemacht Und es war sehr gut Muss ich sagen Wirklich gut Ich habe es wieder vergessen Ich habe es wieder vergessen Und er will Kleinstamm Das fangen wir uns mal Denn Konfusionen nicht effektiv ist Das ist normale Und wir Und die T-Shirt neben Item Puckball Und wir haben unser Kleinstein Ein Antrag Wurde angelegt Klassen Sollen sich gerne Gewürzfahren Trifft man auf einem Kleinstein Wurde sehr schnell rüten Und wir geben dem Kein Spitzname Obwohl Ich hätte ihn Kein Spitzname Kein Spitzname angegeben Und Lora Wunder dich nicht Und Wens Item Haben wir Nein Haben wir nicht Verlösen Oh 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 Total vergessen So So wenig sieht das ab Und Falls ich denke Ich habe Wiener zu verwandt Also Nein Er liegt die völlig falsch Ich habe Kein verwandt Die aus Österreich Oder die Spitz Komm Noch An Zübers Und Ich soll ihm das Metal mal an Dankchen geben Aus Nebstweise Und Verflamen Ich muss das Tell ihr Das müsste in der Sonne bringen sein Und KP Plus Und Ich sage Tschüss Elisa Maximale Das ist Das ist Das ist Das ist Vielen Dank.